Die Weste Oberhaus wurde 1219 gegründet und befindet sich auf dem Georgsberg. Die meiste Zeit war sie Burg und Residenz des fürstlichen Bischofs in Passau. Die Ursprünge des Doms St. Stephan gehen auf das Jahr 450 zurück. Die heutige Kirche wurde von 1668 bis 1693 errichtet. Sie ist der größte Barocktum nördlich der Alpen und besitzt die größte Orgel außerhalb der USA. Ich bin um 11 Uhr von Passau weggefahren, kurz nach 11.00 Uhr. Und fahre jetzt die linke Donauseite abwärts. Heute ist der dritte Tag meiner Radtour und mit der Donau auch der dritte Fluss. Ja und der geht es jetzt die nächsten vier Tage bis in die Wachau hinunter. Und ja, hier ist auf der linken Seite gerade die Straße, was ja zumindestens am Anfang ziemlich lästig war, weil doch einiger Verkehr war. Aber ja, dann in 15 Kilometer oder so werde ich auf die rechte Donauseite wechseln. Vielleicht ist es da ruhiger. Da geht es hier auf. Das war's für heute. Es ist jetzt halb eins. In Obernzell bin ich auf die rechte Donnerseite herübergefahren mit der Fähre. Jetzt bin ich wieder in Österreich. Und ja, mein nächstes Zwischenziel ist jetzt, tja, das ist mir jetzt im Fallen, ich glaube es ist ein Kloster, ein Stift und ja, das ist in 10 Kilometer, also sollte ich es trotzdem nicht verfehlen. Engelhardts Zell, glaube ich. Musik Musik Das Kloster Engelszell wurde 1293 von Zisterziensern gegründet und sollte vor allem Reisenden Schutt zum Quartier bieten. Die heutige Kirche wurde nach einem schweren Brand 1764 eingeweiht und gibt als beeindruckendes Beispiel des Hoko Koko. Es ist kurz vor zwei. Ich habe jetzt die Stift in Engelszell besucht, habe mich an einer kleinen Flasche Klosterbier erfreut. Ja und jetzt trete ich da weiter auf der rechten Donauseite Richtung Schlögen. Vorhin hat ein Wegweiser das als 20 Kilometer angegeben. Also ja, ich schätze, dass ich dann spätestens um vier dort bin. Musik Es ist jetzt drei Viertel drei. Ich bin hier in der Stadt. Ich bin am Campingplatz in Schlögen angekommen. Es ging jetzt schneller wie erwartet. Es ging so neben der Donau teilweise neben der Straße bzw. auf der Straße auf und ab. Aber das hat sich ganz gut fahren lassen. Und ja, daher bin ich jetzt etwas früher als erwartet am Campingplatz, was auch kein Fehler ist. Jetzt baue ich mir mein Zelt auf und ja, dann sehen wir mal, ob ich noch was essen gehe. Musik 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 Ich stehe jetzt beim Rastplatz bei der Schlögener Schlinge. Ja, es ist jetzt 6 Uhr und ja, überraschenderweise bin ich hier fast alleine. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018